Platt, platt, pappelapapp und ich bin halbnackt. Jo, du wohl auch oder? Ja, ich sitz jetzt hier in meine Kölk und muss mal durchpusten. Hier ist das noch einigermaßen Köl. Tja, aber sonst, sonst galt galt, ne? Jo, galt dat galt. Sech dat dat die dat galt galt. Jo, mich galt dat ja auch galt, ne? Ansonsten, ich will mich ja nicht beklagen. Ne, 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 ne. Das kommt ja gar nicht in die Tüte, ne? Jo, eben hab ich schon ein bisschen Kohle-Müllmelk mit Tweback eben. Tweback, jo, dat hat gut schmeckt, ne? Dat kenn ich noch von vorher. Dat gifft dat wie meine Ölern immer mal zwischendurch, wenn dat so hit wär erst jetzt. Jo, ansonsten, man mag ja gar nicht so richtig rückgauen, nicht? Ne, fehlbelebt. Hab ich nicht gestern wär besäug hier. Und da hab ich schon, ob die Terrasse hätten mit Abstand natürlich, nicht? Und hab Gucken-Eden und mit'n Klönt. Und abends, jo, abends, du, hab ihn noch so als Schleppe, nicht? So als Schleppi. Du hab wie ne feine balkanesische Joghurtsuppe. Nur einem Rezept von Barbara Hüding-Eden. Und dat hätt schon keult und wär wunderbar gesund und für Düsseljuristin genau das Richtige. Jo, mit fehl Knoblauch brenn ich und ich bin wohl jetzt ein Vampir. Nee, ich bin kein Vampir. Die sind gar nicht gekommen, nicht? Die sind nämlich weggeblieben. Und jetzt wünsche ich euch allen, ja, ich wünsche euch das wirklich von Herzen. Einen schönen Plattenfreitag und ein schönes Wochenende, Wochenende Und Sonnentein, da geh ich ja da weg. Ja, sowas gehört dazu. Nee, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020